Es ist soweit. Der grösste Schweizer Sportanlass Zwissindoors sind in diesen Minuten eröffnet worden. Der Höhepunkt der Eröffnungszeremonie ist natürlich der Auftritt der schottischen Sängerin Amy MacDonald, die wir bis vor die News live übertragen haben. Hier zeigen wir noch einmal ein paar Impressionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Übrigens noch ein Termin für die Agenda. Am kommenden Samstag, 28. Oktober, zeigt Telebasel in einer Spezialsendung noch einmal die ganze Eröffnungszeremonie der Zwissindoors am Viertel ab 7 Uhr.